Ok Leute, ganz schnell, jetzt nicht hier an den Starten, sondern schnell das Comeback hier machen, ganz easy. 13, 12, let's go. So Leute, nachgejoint und gucken wir mal, ob wir mit dem falschen Controller, weil ich meinen richtigen erst morgen bekomme, trotzdem mir dieses TDM ganz locker easy für mein Team drehen kann. Mit der Bespa am Start, let's go. Komm her, Digga. Wo bist du, Digga? Ja, du bist doch dahinter, Digga. Ja, komm her. So, let's go, meine Freunde. Wir müssen jetzt hier ganz schnelle und präzisionsarbeit leisten. Mit dem falschen Controller habe ich halt keinen Aim, aber was soll's, Leute. Oh, oh, Leute, schnell nachladen. Komm her, Bruder, komm her. Ja, Digga. Ja, Digga. So, ganz, ganz schnell. Gut, dass du nichts checkst, Bruder. So, Drillchen raus, drüber, fertig, sagt man doch so schön, oder? Okay, pass mal auf. Komm her, Bruder. So, okay, er kommt nicht, okay. Also Leute, heute mal keine lange Begrüßung und so weiter und so fort, sondern direkt im Geschehen. Da wollte ich mal ausprobieren, wie ihr das so findet. Oh nein. Ja. Okay, du hast eine KN, gib mal her, Bruder. Ich sag, warum sag ich immer, Bruder, ich hab das noch nie in meinem Leben gesagt, Digga. Jetzt sag ich, Digga. Kann ich auch noch normal reden? Ich glaub nicht. So, Blitzschlag, schnell. Ja, komm, hau mal rein. Hier kommt jetzt einer entgegen, glaub ich. Ja. Okay, nehmen wir wieder die Vespa. Wobei, da haben wir mehr Munition hier, ne? Lass mal lieber die hier hinnehmen. Komm her. So. Gerade sieht's gut aus mit dem Comeback. Oh Gott. Ich kann natürlich immer noch nicht den Specialist raushauen. Ihr wisst ja, warum. Alter, die werden aber grad gejumpshottet, diese Kollegen. Das ist ja nicht mehr normal. Ah, die VMP, die gefällt mir besser. Komm her. Okay, hau mal erstmal die Hellstorm raus. Ja, wollt ihr euch verstecken? Nein, könnt ihr aber nicht. So, nochmal. Dröhnchen raus. Aber die machen schon ein bisschen ernst, die Gegner. Ich merk das schon. Warum hab ich das gemacht? Die werden jetzt hier spawnen, meine Freunde. Kommt, spawnt. Ist hier ein Schaft drauf? Sag mal, spinnen die oder was? Sag mal, spinnen die oder was ist hier los? So. Ne, den stellen wir nicht. Komm mit. Mhm. Okay, wir haben unsere Streaks wieder. Ich weiß Leute, ihr habt doch wahrscheinlich schon Sorgen gemacht, weil gestern kein Combine kam, sondern Aquarium. Deswegen hab ich mir natürlich gedacht, heute gibt's da wieder eine schöne Runde Combine. Ich find's übrigens richtig cool, dass TDM jetzt bis 100 geht. Das bockt einfach viel mehr dann. So. Wie überleben wir das jetzt? Ist die Frage. Easy Cheesy. Lemon Squeezy. Oder auch nicht. Ja, gib mir die Dingo. Gib mir alles, was du hast, Digga. So, hellzum raus. Das war dumm von dir, dass du dich da hingestellt hast. Oh Gott, ich bin lebender Toter, ne? Vielleicht nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott. Er war hier irgendwo. Lol. Gib mir das, egal was du hast. Voll Multigun, Alter. Voll geil, Mann. So, wo seid ihr, Jungs? Oh nein. Oh oh. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ich hab's überlebt. Oh Gott, ich hab's überlebt. Den Blitzschlag. Ich glaub's nicht. First time in my life. Komm her. Komm her. Muss schon sein. Alles klar. Wahrscheinlich wollte ich da klettern, oder? So, wo sind die Nächsten? Komm her, Jungs. Oh, es wird sogar noch knapp. Oh Gott. Oh Gott. Marcel, du musst jetzt leisten. Ich muss jetzt leisten. Die holen auf. Oh nein. Nein. Den kann ich doch nicht challengen. Den schon. Ja. Nice. Come back, Alter. Oh Gott, Mann. Ja, Leute. Mal wieder mit Facecam heute. 28.1. Schade, da war es 26.0. Bin ich gestorben. Eine 28er KD, würde ich sagen, ist aber ganz okay. Lasst auf jeden Fall gerne den Werten dafür da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.